Als die Wilderer die Bärenzelder getötet haben, was ist denn eigentlich mit ihrem Jungen passiert? Ich verhungert, Clara. Und der Vater? Ich gehe heute zu Fuß. Zu Fuß? Ich gehe heute zu Fuß. Doch, bald. Guten Morgen. Thomas, du kannst dich da hinsetzen, neben Clara. Okay. Gehst du nach Hause? Steig auf, ich fahre dich. Die Dorfleute zerrten die Hexe aus der Bärenhülle. Im Morgengrauen führten sie die Frau zum Scheiterhaufen. Und die gepeinigte Frau verfluchte das Dorf und stieg aus den Flammen. Bis heute lastet der Fluch der Bärenfrau über dem Land. Ich habe es gesehen, Mama. Das Junge von Zelda. Ach, Clara. Wirklich? Aber du glaubst mir. Es gehörte der Bärenfrau. Es gehörte der Bärenfrau. Du hast eine Gabe. Und du hast den Blick. Clara, komm. Du hast sie gesehen, nicht wahr? Susanna. Sie ist immer noch da, die Arme. Und niemand hilft dir. Es ist manchmal so... ...es, ob ich sie werde. Und dann Dinge sehe, die sie gemacht hat. Clara, ich habe Angst um dich. Ich gehe sie suchen. Er hat sich verletzt. Clara, da oben. Susanna. Komm, hilf mir.